Die Augenringebehandlung ist mit über 1000 Behandlungen, die wir pro Jahr hier durchführen, eine der häufigsten Behandlungen. Ich denke, das ist auch an Platz 2 nach der Nasenkorrekte ohne OP. Wir sehen hier die Behandlung im einzelnen Ablauf. Das heißt, die Hyaluronsäure wird einer ganz feinen Schicht unter die Haut gebracht, in einer gewissen Menge und Dosierung, sodass am Ende eine ganz zarte Linie da wieder zu sehen ist und dann nach 10 Tagen wird das Ergebnis perfekt werden und ich denke, die Patientin wird hier glücklich mit dem Ergebnis und sie sieht das auch gleich im Anschluss und kann dann, denke ich, hier erfolgreich mit einer Behandlung abgeschlossen nach Hause gehen.